Es gibt in Korea ein Spielsport, und zwar, wer Hilfe, die er bekommen hat, vergessen hat, wird vom Himmel bestrabt. Wir Koreaner bemühen uns daher, Hilfe nicht zu vergessen und glauben, dass die Schulden sind, die man zurückgeben muss. Bedauerlich war sich der DRK Einsatz in Busan nach dem Koreakrieg in Vergessenheit geraten. Gegen genau dieses Vergessen, dafür steht die neue Ausstellung im Rotkreuz Museum Luckenwalde des DRK-Kreiserbands Fleming Spreewald. Die rückt ein vom DRK betriebenes Krankenhaus zurück ins Gedächtnis, dessen Eröffnung stolze 70 Jahre zurückliegt und das nur 5 Jahre existierte. Doch Ort und Zeitpunkt machen es dennoch bis heute zu einer besonderen Wegmarke für das Deutsche Rote Kreuz und das Nachkriegsdeutschland. Mit dem Ende des Koreakriegs 1953 ereilte das DRK ein Auftrag der Bundesregierung, die Einrichtung eines Krankenhauses im koreanischen Busan. Der Stellenwert ist, glaube ich, sehr hoch, weil mir nicht klar war, dass es der erste Schritt in die internationale Staatengemeinschaft wurde. Also Deutschland hatte ja ein Problem nach dem Krieg anerkannt zu werden als eigenständiger Staat, auch als nützlicher Staat, nicht als Hitler-Nachfolger. Und das alles hat das Rotkreuz damit mit bewerkstelligt. Das finde ich sehr beeindruckend. Das hat ja abgefärbt. Denn wegen der Verstrickungen in DNS-Machenschaften war das Deutsche Rote Kreuz nach 1945 zunächst verboten. Erst 1950 wurde es wieder gegründet. Schon drei Jahre später folgte die Humane Krankenhausmission in Busan. Ein enormer Vertrauensbeweis, aber auch große Hilfe für das vom Krieg gezeichnete Korea. Es war ein wichtiger Faktor in der Nachkriegsgesundheitsversorgung in Korea selber, weil die Ärzte, die koreanischen Ärzte, waren im Krieg, waren zum Teil Kriegsgefangene. Also viele Ärzte gab es in Korea nicht. Und da war das Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes als Krankenhaus, in dem jetzt nach dem Krieg ja vor allem Zivilisten behandelt wurden, eine wichtige Anlaufstelle für die koreanische Bevölkerung. Aber auch für künftiges koreanisches Krankenhauspersonal. Denn die Ausbildung gehörte ebenfalls zur Arbeit des DRK-Krankenhauses in Busan. Die Ausstellung im Rotkreuz-Museum gibt einen tiefen Einblick in den damaligen Krankenhausalltag. Man findet Objekte, Dinge, Dokumente, die zu Personen gehören, die im Krankenhaus tätig waren. Also wir haben von etlichen Rotkreuz-Schwestern entweder Objekte, die ihnen gehört haben, oder eben auch Berichte, die sie in jüngerer Zeit überhaupt als alte Frau dann aus der Erinnerung wiedergegeben haben. Der Einsatz im Fernbusan war für die damaligen deutschen DRK-Mitarbeiter aber auch noch aus einem anderen Grund eine besondere Herausforderung. Mal eben in die Heimat reisen war noch nicht möglich. Die meisten waren ein bis zwei Jahre drüben in Korea und sie wussten, sie können in der Zeit nicht zurück. Also Schiffspassage hätte viel zu lange gedauert, vier Wochen, fünf Wochen, einfache Fahrt. Und Flugpassage war sehr teuer, das hat man in einzelnen Fällen gemacht, wenn ein familiärer Notfall war oder so, aber das war auch keine Option. Und das zweite war eben die Kommunikation. Also auch telefonieren war sehr teuer, das ging dann auch nur in Sonderfällen und ansonsten hat man sich Briefe geschrieben. Einblicke in die damalige Kommunikation zwischen Deutschland und dem fernen Busan gibt auch ein Parallel zur Ausstellung erschienener Sammelband, den Autor Stefan Schomann mit Kurator Rainer Schlösser zusammengestellt hat. Dabei konnten sie auf einen regen Briefverkehr der damaligen Zeit zurückgreifen. Etwas, das heute wohl nicht mehr so ohne weiteres möglich wäre. Dadurch haben wir ein gutes Material. Wir haben Sammlungen von Briefen, die auf verschiedensten Wegen dann ins Archiv gekommen sind, Jahrzehnte später. Wir hätten inzwischen noch mehr, man könnte fast so ein Fortsetzungsband machen. Und das hätte man ja heute nicht mehr. Heute hat man so ein paar dünne E-Mails und vielleicht auf WhatsApp so ein paar launige Bemerkungen. Aber man könnte gar nicht mehr diese ganzen Geschichten rekonstruieren. Oder man könnte aufgrund der Kommunikation alleine, bekäme man keine Vorstellung mehr von dem Einsatz. Doch warum werden diese Geschichten genau jetzt, nach langen 70 Jahren, wieder ins Gedächtnis gerufen? Es ist angestoßen, sowohl vom Deutschen Roten Kreuz, von deutscher Seite, aber vielleicht viel mehr noch von koreanischer Seite. Weil in Korea das Bedürfnis, diesen Einsatz, diesen humanitären Einsatz während des Krieges nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Dieses Bedürfnis scheint in Korea noch viel größer zu sein. Ich möchte einfach die normalen Leute, die diese Geschichte wissen lassen. Daher möchte ich irgendeine, man braucht eine Veranstaltung oder solche Denkmal, das ist dann gut für die nächste Generation. In Busan erinnert seit 1997 ein Denkmal an das deutsche DRK-Krankenhaus. Hierzulande gibt es nun seit Mai diesen Jahres das Gegenstück im Vorgarten des Berliner DRK-Generalsekretariats. Erinnerungen an einen Meilenstein der deutsch-koreanischen Beziehungen. Wir sind heute noch, wir stehen in der neuen Kino-Krankenhaus. Wir sind im Vorgarten des Berliner DRK-Generalsekretariats. Wir sind im Vorgarten des Berliner DrK-Generalsekretariats. Wir sind im Vorgarten der deutschen Bundeskanzlerin. Wir sind in den letzten Jahren in der Vielen Dank.